Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Fortnite Creative zusammen mit dem Zombey. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch GLP bei euch als Creator-Code eingeben, bewertet in einem Part und viel Spaß. Komm her, mein Kind. Ich bin's. Hallo? Ich seh anders aus. Ja, lieber Musik. Wollen wir da rein? The Bouncy Run? Bouncy Run. Neue Mechanik, ja. Ja. Hallo? Hallo? Was geht ab? Hier ist die Bouncy Map. Ich bounce mal ganz gern. Hallo? 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 Oh, ich bin unten. Warte mal eine Stunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ich hab die Map geschafft. Sag mal. Du musst schon gedreht sein, wenn du beim zweiten ankommst. Ich hab alles richtig gemacht, da siehst du. Was ist das denn hier für ein LSD-Trip? Hä? Du, das ist falsch. Hier ist natürlich ein Checkpoint. Ah! Von diesem Punkt aus... Nach vorne drücken. Okay, mach ich. Hä? Es passiert einfach gar nichts. Ah! Ah! Ja! Wow! Fast geschafft. Ach so, von dem Punkt aus springen und nach vorne gedrückt halten. Was aber nicht stimmt, weil man muss zur Seite. Ja. Ja. So, und jetzt. Äh! Da! Ich hab's! Schüsse, Lutscher! Komm schon. Komm, das schaffste. Nee, 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 nee. War fast... Ja, aber der sagt dich doch nur geradeaus. Ja, ich weiß. Keine Ahnung, was das für ein Tipp ist. Komm, Muni. Ui. Hab ich getroffen? Ja. Loll! Fast. Hier, guck. First try. Ui. Oh! Was hat das denn? Da bin ich gerade... Wo? Ich liest immer im Fall. Loll, first try. Ach ja, ich auch. Warte, ich komm. Oh! Äh! 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 Hallo! Genau, man kann hier nämlich nach und nach die Sachen deaktivieren, falls man das nicht schafft. Ja, warum werden wir dann getötet? Weiß nicht. Wir müssen's enablen. Enablen? Okay. Ah! Ja. Dude! Ach, wir aktivieren der Mechanismus, dass die Teilweise alle angehen. Ja, dass sie sich hier abwechseln, ja. Wow. Ah! Ah! Ah, man soll, man soll die gar nicht nutzen, um zu bouncen, sondern, äh, also drüber laufen. Wie cool! Das ist wirklich ne neue. Du hast mich geblockt, Leuchtleber. Ah! Das könnte ein bisschen stressig werden. Äh! Fahr mit dem Sound. Kann man den bitte deaktivieren? Ja, den braucht man doch. Kriegt man das Timing voll gut in den Kopf. Mä! Ja. Mä! Mä! Du hast mich gewarnt. Mä! 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 Es hilft! Mä! 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 Was machen wir denn da? Ducken? Ducken, ja. Achso. Mäh. Mäh. Okay. Du hast... Ich wollte gerade sagen, du hast das so recht und dann schaffe ich es trotzdem noch rechtzeitig aufzustehen und zu sterben. Und ducken! Entschuldigung, hast du das? Warte nochmal. Jetzt. Ja, richtig so! Richtig so! Ich habe nicht ducken gesagt. Aufstehen! Hallo? Ja! Nein! Da war alles richtig! Da war alles perfekt! Ja, siehst du, war ein Bucken. Da war ein Glitch. Woher sollen wir denn wissen, dass das da weitergeht? Und jetzt aber... Mäh! Ich habe einfach... Ich check das nicht. ...geducklos sprinten, dass er dann automatisch aufsteht. Warum muss ich denn nochmal ducken drücken? Ich finde gerade eine Sache interessant. Die Zeit rechts ist einfach weg. Oh, oh, oh! Ja, irgendwie außer vor dem Bild, ne? Ja, ich würde euch doch auch immer empfehlen, falls... Also das würde ich zumindest machen, wenn ihr die Videos guckt. Selber vielleicht in dasselbe Level reingehen und... Gucken, dass ihr... Aber erst nachdem ihr die Folge geguckt habt? Nein, nein, währenddessen... Aber lässt das Video dabei laufen. Es ist ja geschnitten. Es ist ja... Oh, das geht ja dann gar nicht unbedingt, ne? Das ist ja doof dann. Soll ich alles unkontochla, Leute? Hast du es geschafft? Ja, irgendwie schon. Hä? Da ist gerade irgendwas passiert. Ui! Was war... Was war das denn? Was ist in meinem Leben geschehen? Hä? Geht! Jo! Es geht! Nicht! Ich war beim ersten Versuch da drüber, aber ich bin jetzt gerade weg. Ufer offen worden. Ja, ja, das musst du ja, damit du rüberkommst. Da! Mach doch was! Warum kommst du da nicht hoch? Ich weiß es nicht. Ich hab hier halt so schwach. Kann wir nur rennen und von dem Neonbalken aus abspringen. Danke. Ah! Danke. Oh! Schade. Hallo. Das ist sehr schade. Ja, da war ich doch schon, wo du gerade bist. Super einfach. Was ist das für eine komische Platte? Was sollte da passieren? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Zu lange, ja. Okay. Zack. Zack. Ja! Ach so! Ja, da ist doch ein Leuchtkreis. Ja. Und der kickt einen wahrscheinlich weg. Ich kann auch ernst spielen. Wenn du im Ziel bist, dann komm ich. Oh! Hä? Was machst du da? Au! Putz! Was soll das? Au! Putz! Au! Putz! Ja! Nein, ich war doch! Ich bin gegen die Wand gebounced! Au! Putz! Ist das der Beat, aber die ich schaff? Putz! Ne, der läuft hier schon. Hörst du den? Ja! Ja! Okay, ich bin da drüben. Ja! Hier ist doch ein Laser. Wie kommst du da rüber? Achso. Achso. Ach du können. Ah. Hui. Wow. Aha. Achso. Wenn nicht, dann ist man tot. Okay. Kann man beide überhaupt nehmen? Oder muss man nur die Leuchte nehmen? Achso, das weiß ich nicht. Ich denke da wohl leuchtet. Ja, aber der eine ist so hell, aber der andere nicht. Ja, dann nimm nochmal den anderen. Und? Ach. Ja. Ah. Und jetzt hier hin. Ah, ja. Und jetzt bestimmt links hin. Ganz bestimmt. Leuchert recht. Bitte. 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 Ja, ja, ja. Wohin? Ich seh nix. Hab's geschafft. Ich hab's. So. Mal gucken. Wie weit kann ich denn den Flummi werfen? Hi. Oh ja. Oh ja. Das sieht gut aus. Und was macht man hier? Hui. Du auch? Ich bin einfach runtergelaufen. Ja, ja. Ja. Und jetzt. Komm schon. Ganz gezielt. Uh. Nein. Bitte. Wohin? Wohin? Achso, da ist ein Zwischending. Lol. Aua. Bin ich richtig? Ja, lass sie jetzt fallen. Und dann noch rein. Hier, ich kann ja werfen. Warte. Da ist nichts. Da. Doch. Da ist was. Ich kann sogar ein Flummi reinwerfen. Achso. Ja. Boah. Was ich für ein Gönner bin. Äh. 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 Jetzt. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Immer dasselbe. Ich komm nicht zum dritten. Ja. Ja, ja. 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 Ich glaube. Oh. Du hast es selber gemacht. Bäh. Alter. Das war knapp. Hallo. Beten sie den Ball. Achso. Ich kann ja nicht hoch. Ah. Alles klar. Kommst du hoch? Oh. Ja. Hä? Wohin hin? Ach da hin. Ja, oben rein. Ja, hier hin. Hä? Andersrum? Hä? 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 Ich mach es kaputt. Ja. Ich hab es. Ja, ich hab es. Richtig einfach. Na, ich muss ruhig auslaufen. Irgendeinen Tipp, den ich gar nicht erst wissen will. Mama! Nicht einen, zum nächsten! Ich darf mich so glauben. Ja, hast du nicht? Ja doch, aber zu sehr. Du musst auch so glauben, dass du alles mitnimmst, was du mitnehmen musst, ne? Das ist ganz wichtig. Soll ich dann so abprallen, dass ich vorne gegen die Speedplatte kriege? Ja, eher so, ähm, weißt du, von der Seite einmal gegen Dutzen, die Palette sagen würde. Bin ich, aber das hat mich echt nicht weit genug geschubst, aber ich probier's einfach auf. Ja, ja. Hui! Ey, das geht? Ah ja, hab's. Als ob. Ich... Bist der beste Spieler aller Zeiten. Nein, 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 nein. Ich meine nur, ich dachte gerade, ich würde ster... Jetzt lass mich doch! Danke! Enable. Oh, noch was? Ne. Oh, was ist das denn hier? Oh nein. Ja, ich hab mein Hund umgebracht. Ich hab dir über deinen Kopf gesurft. Guter Try. Wie, wie geht das? Wenn die an sind drauf. Ja, das hatte ich vor, aber dann bin ich von der Seite weg geflutscht. Ja! Mami! Ich hab's. Ja! 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 Oh, bin ich gut! Ja! Ja! Ich sterb noch kurz vor dem Ende. Ja! Kurz vor dem Ende sterben, bitte! Und der geht immer? Lol! Du hast einen Ehrengönner. Nein! Der letzte Sprung. Hä? Ey! Jetzt hast du mich... Wenn du nicht springst? Ja, kannst du mal ein bisschen warten? Toll machst du das. Toll machst du das. Ich seh's gerade. Ich film dich. Warte, warte. Noch nicht den nächsten Sprung. Ich hab ne Überraschung. Warte hier. Oh ja. Jetzt fang doch! Abgefangen. Ah! Oh, er hat's. Okay, dann mach ich wieder in Ebel. Muss wieder anmachen. Ja. In Ebel. Ey, was war das? 15 Liter Tomatenwurf. Ey! Kann man so respektlos sein, ne? Das würde ich nie machen. Fütter dich. Ja! Ach, schön reingelenkt. Okay. Reset? Was denn für ein Reset? Warum denn Reset nicht? Ja, war ruhig. Ah, 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 ah. Musst du immer Resetten, bevor wir anfangen. Warum? Was war ich im Grund? Oh. Weil da ein Timer abläuft. Ja, aber warum ist da ein Timer? Was bringt dies? Dass man Pass-Store ist. Da ist ne Wall! Oder was? Ne, ist nur eingefärbt. Warum baust du dir nicht die Leuchten? Alter. Ah! Wie bescheuert! Was? Aber was ist, wenn ich Resette, wenn du da bist? Also, schadet dir das irgendwie? Ah ja, es killt mich. Ja, ich spaw noch erst, wenn ich im Reset nicht. Ah! Ich bin schnell! Ich bin der Wind! Ich Resette! Wind Dog! Okay, kannst du. Danke! Ja! 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 Ich... Oh! Kannst du Resetten? Ich muss sagen, die Sounds sind ein bisschen... Ne? Ah ja, perfekt. Guter Try. War fast so gut wie meiner davor. Nein! Nein! Das so irgendetwas verbindbar ist. Ja, rennen mit Ton. Jetzt hüpft doch! Ich hab's gesehen. Du bist einfach nicht gehüpft. Ja, das ist schon das dritte Mal. Ah! Ja, ja, ja. Jetzt komm, Manu. Hüpf. Er ist gehüpft. Ich bin einfach zu... Ja, ich dachte irgendwie... Keine Ahnung, warum da... Da passiert noch was. Deswegen bin ich früher gehüpft. Und jetzt renn. Genau. Die sind so dumm, diese Form. Genau, jetzt liegt's an der Form wieder, ne? Ja! Häh! Als ob ich lebe! Da! Ganz locker! Ich spring einfach nicht, ne? Er hat einfach keine Lust. Warum kann das nicht wie bei Ocarina of Time sein? Wo man automatisch springt, hm? Boah, Junge. Wie einfach wären alles? Ich stell dir mal vor, Minecraft Jump'n' Runs damit. Als ob. Als ob. Als ob. Vor allem dieser dummes... Kannst du resetten. Ähm. 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 Pfff. Ich muss halt direkt da landen und weiterhüpfen schon. Okay, ich hab scheinbar Shift gedrückt gehalten, ohne dass er wieder von vorne angefangen hat zu rennen. Ja? Nein! Der Sound! Waren wir bei dem letzten Bouncel. Bouncel. Weil ich so auch nicht gestorben bin, weil ich da stehen geblieben bin. Bleib halt. Mann! Ich bleib halt einfach nicht mehr stehen. Das ist jetzt... Der Jam! Der Jam! Jetzt... Jetzt... Jetzt rennen. Ja, 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 ja. Ja! Huh! Und... Am Ziel! Von der Münster! Ich gewinn! Ich gewinn! Ja! Ich hau noch weit zu. Ich auch. Ne, oder auch nicht. Du hast verloren. Ja, das war. Also ich finde die Mechanik echt cool. Man sollte das aber mit dem Timing ein bisschen anders machen. Einfach ohne Sounds. So, Leute. Mein Hund will euch nur mal was zeigen, was cool ist. Hörst du das? Was höre ich denn? Die Lampe da. Schau sie dir genau an. Okay. Da kommt Musik von der Lampe. Jo! Mit meinem Spitzhacken-Timing! Wie du vor Angst weg gehst! Ne, ich hab den ganzen abgebrochen. Ich wollte gerade näher gehen, damit ich dich von nahem filmen kann. Hallo? Ach man. Okay! Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da ist der Zombie verlinkt. Wär natürlich cool, wenn ihr den Creator-Code GLP benutzen würdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann!